Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Zerwart! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! Fägelein! Wo finden? W powder? W rad rinne das. Und sich zu erraten aus!